Warte, warte, warte. Was soll ich denn sagen? Ich bin's, eure Mutter. Habt ihr schon den Abwasch gemacht? Vorher könnt ihr keinen frisch verprobt gucken. Läuft. Klappe und Action. Ich brauch nur... Wie sieht das nochmal so in den großen Shows aussieht? Völlig falsch der Text und völlig scheiße der Text. Aber alle für sich... bei der Welt ist nicht so eine Lose. Bald ist die Hälfte. Zerstörst du die Side? Und... Ich finde das aber... Ich finde das nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. jetzt kommt erstmal noch der blick behind the scenes wir wundern euch vielleicht wie schaffen wir die tür auf magische wundersame weise zu schließen zu öffnen mach mal die tür ja oh mein gott es ist ja unglaublich das geht so nix dann hier was wenn du dich hier hinterhockst und ihm mit dem fuß und tritt gibst aber so dass wir das nicht sehen natürlich warte doch ich muss ja theoretisch rückwärts weglaufen weil ich ja halt genau so müssen wir es ja machen läuft lass mich lachen hey Leute das geht ab hallo liebe Kinder willkommen im Märchen heute hallo zu einer neuen Folge von frisch verpobt nicht mal hier hat man seine Ruhe hallo so klickt das hallo zu einer neuen Folge von frisch verpobt Ich werde dir gleich mit dem Deckel beworfen, ich weiß gar nicht warum. Ja, ich brauche echt ein bisschen Text, aber es ist ganz gut, dass du dann so reinkommst. Habe ich mir jetzt vor der Kamera die Hose zugemacht? Ja. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal.